Theodor W. Adorno, Philosophie und Lehrer Es ist meine Absicht, einiges über die sogenannte allgemeine Prüfung in Philosophie zu sagen, die zu dem Referendarexamen für das wissenschaftliche Lehramt an höheren Schulen im Lande Hessen hinzugehört. Was ich bei diesem Examen seit nun elf Jahren beobachtete, hat mich zunehmend besorgt gemacht, dass der Sinn jener Prüfung falsch verstanden wird, dass sie ihren Zweck verfehlt. Darüber hinaus musste ich über die Mentalität der zu Prüfenden nachdenken. Ich glaube, deren eigenes Unbehagen an der Prüfung zu spüren. Viele fühlen sich ihr von Anbeginn fremd und nicht recht gewachsen. Manche hegen Zweifel an ihrem Sinn. Ich glaube deshalb, über die Sache reden zu müssen, weil das Ergebnis der Prüfung selbst vielfach von den Momenten abhängt, auf die ich stieß und die den Kandidaten nicht durchweg bewusst sind. Falsch wäre die Haltung eines Examinators, der nicht grundsätzlich jenen zu helfen sucht, über die zu urteilen seine Funktion ihn nötigt, auch wenn solche Hilfe einen Stachel hat. Für meine Worte habe ich allein einzustehen. Doch dürften mir in vielem meine Kollegen zustimmen. Insbesondere weiß ich, dass Horkheimer zu denselben Ergebnissen gelangte. Selbstverständlich finden sich unter den Kandidaten nicht wenige, für welche meine Befürchtungen nicht zutreffen. Das sind meist solche, die von sich aus ein spezifisches Interesse an der Philosophie nehmen. Häufig haben sie als Teilnehmer an unseren Seminaren ein genuines Verhältnis zur Philosophie gewonnen. Auch über ihren Umkreis hinaus fehlt es nicht an Studierenden mit Horizont und geistiger Sensibilität. Als eigentlich gebildete Menschen bringen sie vorweg schon das mit, was durch jene Prüfung, fragmentarisch und unzulänglich genug, als existent oder nicht existent ermittelt werden soll. Aber mit meiner Kritik zähle ich keineswegs nur auf diejenigen, die das Examen nicht bestanden haben. Diese sind oftmals nur ungeschickter, aber keineswegs weniger qualifiziert, als jene Mehrheit, die man formeller Kriterien wegen passieren lässt. Vielmehr ist es geradezu die Signatur des fatalen Zustands, wahrhaft eines Zustands ohne individuelle Schuld einzelner Versagender, dass auch solche seine Spuren tragen, die das Examen glatt oder, wie ein im Grunde bereits kränkender Ausdruck lautet, als guter Durchschnitt bestehen. Oft hat man das Gefühl, diesen oder jenen müsse man durchlassen, weil er die meisten dingfesten und kontrollierbaren Fragen mehr oder minder korrekt beantwortete. Man wird aber dieser Entscheidung, so angenehm sie für den Einzelnen ist, nicht recht froh. Wenn man streng nach dem Sinn und nicht nach dem Buchstaben der Examensordnung prüfte, müssten solche Kandidaten negativ bewertet werden, vollends im Gedenken an die Jugend, die ihnen als Lehrern einmal überantwortet wird und mit der mich zu identifizieren, ich mich freilich noch nicht zu alt fühle. Der bloße Bedarf an Lehrkräften sollte nicht denen zugute kommen, die ihrer Beschaffenheit nach vermutlich das Gegenteil dessen bewirken, was jener Bedarf verlangt. Die gesamte Situation ist fragwürdig, gerade in den Aspekten, um deretwillen die allgemeine Prüfung eingeführt wurde. Ich halte es besser, das offen auszusprechen und zur Reflexion anzuregen, als schweigend weiter einer Praxis mich zu verschreiben, die bei den Prüfern unweigerlich zur Routine und Resignation führen muss und bei den Kandidaten selbst zur Geringschätzung dessen, was man von ihnen fordert. Eine Geringschätzung, die oft nur dünne Hülle ist für die Geringschätzung ihrer selbst. Freundlicher ist es, unfreundlich zu sein, als mit einem umgänglichen Gestus, der bequem genug wäre, über das hinwegzugleiten, was im Bewusstseinszustand der Zuprüfenden ihrer eigenen besseren Möglichkeit, wie ich sie einem jeden zutraue, Feind ist. Wohlwollen und Rücksicht sind der Humanität selbstverständlich. Unter denen, die an unserer Universität in Philosophie zu prüfen haben, wird es keiner daran fehlen lassen. Aber wir wollen human sein, nicht nur gegen die Kandidaten, deren Ängste wir uns gut vorstellen können, sondern auch zu jenen, die ihnen einmal gegenüber sitzen, die wir nicht sehen und denen vom ungeformten und ungebildeten Geist größere Unbild droht als irgendeinem von unseren geistigen Ansprüchen. Man braucht dazu gar nicht erst, was Nietzsche Fernstenliebe nennt, ein wenig Vorstellungskraft genügt. Wenn ich sagte, dass diejenigen, die der Prüfung wirklich gewachsen sich zeigen, oft solche sind, die an philosophischen Seminaren aktiv sich beteiligt haben, so wollte ich damit keinen institutionellen Druck ausüben. Ich nehme den Gedanken der akademischen Freiheit überaus ernst und halte es für völlig gleichgültig, auf welche Weise ein Student sich bildet, ob als Teilnehmer von Seminaren und Vorlesungen oder bloß durch die eigene Lektüre. Ich wollte überhaupt nicht den Sinn dieses Examens der fachlich-philosophischen Ausbildung gleichsetzen. Gemeint habe ich nur, dass solche, die es über den einzelwissenschaftlichen Betrieb hinaus zu jenem Bewusstsein des Geistes von sich selbst drängt, der nun einmal Philosophie ist, im Allgemeinen der Konzeption des Examens entsprechen. Kindisch wäre es zu erwarten, ein jeder wollte oder könnte ein professioneller Philosoph werden. Gegen eben diesen Begriff hege ich gründliches Misstrauen. Wir wollen unseren Schülern nicht die Deformation professionell derer zumuten, die automatisch ihr eigenes Gebiet für das Zentrum der Welt halten. Philosophie genügt nur dort sich selbst, wo sie mehr als ein Fach ist. Die allgemeine Prüfung, heißt es im Paragrafen 19 der Prüfungsordnung, an die so viele peinlich sich halten, soll, ich zitiere, feststellen, ob der Bewerber den Bildungssinn und die Bildungskräfte seiner Fachgebiete erfasst hat und sie von den lebendigen philosophischen, pädagogischen und politischen Fragen der Gegenwart her zu betrachten versteht. Seite 46 Ausdrücklich wird dem hinzugefügt, Zitat, doch darf die philosophisch betonte Prüfung sich nicht in fachphilosophische Fragen verlieren, sondern muss sich auf solche richten, die für die lebendige Bildung heute wesentlich sind, wobei die Fachgebiete des Bewerbers die Richtung geben. Mit anderen Worten, die allgemeine Prüfung will, soweit so etwas überhaupt einer Prüfung möglich ist, eine Vorstellung davon gewinnen, ob die Kandidaten in der Reflexion auf ihr Fach, also in dem sie bedenken, was sie vollbringen, und auch in der Reflexion auf sich selbst, sich über den Umkreis des tatsächlich Angeeigneten erheben. Ganz einfach dürfte man sagen, ob sie geistige Menschen sind, schwenge nicht in dem Wort geistige Menschen eine bestimmte Art Hochmut mit, die Erinnerung an elitäre Herrschaftswünsche, die gerade den Akademiker an der Selbstbesinnung verhindern. Das Wort geistiger Mensch mag abscheulich sein, aber dass es so etwas gibt, merkt man erst an dem Abscheulicheren, dass einer kein geistiger Mensch ist. Wir möchten also in dieser Prüfung sehen, ob diejenigen, die als Lehrer an höheren Schulen mit einem schweren Maß an Verantwortung für die geistige und reale Entwicklung Deutschlands belastet sind, Intellektuelle sind, oder, wie Ibsen vor nun schon 80 Jahren es nannte, bloße Fachmenschen. Dass der Ausdruck Intellektuelle durch die Nationalsozialisten in Verruf geriet, dünkt mir nur ein Grund mehr, ihn positiv aufzunehmen. Ein erster Schritt der Selbstbesinnung ist es, Dumpfheit sich nicht als höheres Ethos zuzuschreiben, Aufklärung nicht zu verlästern, sondern der Hetze gegen die Intellektuellen, wie immer sie auch sich tarnt, zu widerstehen. Ob jedoch einer ein Intellektueller ist, manifestiert sich vor allem im Verhältnis zu seiner eigenen Arbeit und zu dem gesellschaftlichen Ganzen, dessen Teil sie bildet. Dies Verhältnis, nicht die Beschäftigung mit Spezialgebieten wie Erkenntnistheorie, Ethik oder gar Philosophiegeschichte, macht überhaupt das Wesen von Philosophie aus. So hat es ein Philosoph, dem schwerlich jemand die Qualifikationen in den besonderen philosophischen Disziplinen wird abstreiten wollen, formuliert. Im deduzierten Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt gemeint ist die Universität, sagt Fichte, Zitat Nun ist dasjenige, was die gesamte geistige Tätigkeit mit hin auch alle besonderen und weiter bestimmten Äußerungen derselben wissenschaftlich erfasst, die Philosophie. Von philosophischer Kunstbildung aus müsste so nach den besonderen Wissenschaften ihre Kunst gegeben und das, was in ihnen bisher bloße vom guten Glück abhängende Naturgabe war, zu besonnenem Können und Treiben erhoben werden. Der Geist der Philosophie wäre derjenige, welcher zuerst sich selbst und so dann in sich selber alle anderen Geister verstände. Der Künstler in einer besonderen Wissenschaft müsste vor allen Dingen ein philosophischer Künstler werden und seine besondere Kunst wäre lediglich eine weitere Bestimmung und einzelne Anwendung seiner allgemeinen philosophischen Kunst. Oder vielleicht noch schlagender, Zitat Mit diesem also entwickelten philosophischen Geiste als der reinen Form des Wissens müsste nun der gesamte wissenschaftliche Stoff in seiner organischen Einheit auf der höheren Lehranstalt aufgefasst und durchdrungen werden. Diese Sätze Fichtes gelten heute nicht weniger als vor 150 Jahren. Der empathische Begriff von Philosophie, den die Bewegung des deutschen Idealismus intendierte, als der Geist der Zeit mit ihr war, fügte nicht Philosophie als Sparte den Wissenschaften hinzu, sondern suchte sie in der lebendigen Selbstbesinnung des wissenschaftlichen Geistes. Betrachtet man aber den Prozess der Spezialisierung, der diese Idee von Philosophie zur Phrase von Festrednern erniedrigte, tatsächlich als ein schlechtes, als Ausdruck der Verdinglichung des Geistes, die dieser mit der zunehmend verdinglichten Tauschgesellschaft erfuhr, so wird man Philosophie geradezu an der Kraft des Widerstands durchs eigene Denken ablesen können, den der Einzelne der bornierten Aneignung von Kenntnissen, während es auch die sogenannten Fachphilosophien, entgegensetzt. Das ist nicht falsch zu verstehen. Ich verkenne nicht das Notwendige in der Verselbstständigung der Philosophie gegenüber den Einzelwissenschaften. Ohne jene Trennung hätten zumindest die Naturwissenschaften kaum ihren Aufschwung nehmen können. Selbst die Philosophie vermochte vielleicht, ihre tiefsten Einsichten erst zu gewinnen, als sie wie Hegel willentlich oder unwillentlich vom einzelwissenschaftlichen Betrieb sich losgesagt hatte. Die Wiedervereinigung des Getrennten ist demnach nicht von einem Zauberschlag zu erhoffen. Auch das Philosophikum müsste vor dieser Illusion sich hüten. Manche hochentwickelten Geisteswissenschaften, etwa die älteren Philologien, haben solches Eigengewicht angenommen, verfügen über eine derart durchgebildete Methodik und Thematik, dass ihnen die philosophische Selbstreflexion fast unvermeidlich dilettantisch erscheint. Von ihren eigenen Überlegungen führt kaum ein direkter Weg zur philosophischen. Umgekehrt ist auch die Ausbildung der Philosophie zur Spezialdisziplin nicht einfach zu überspringen. Philosophische Selbstbesinnung der einzelnen Wissenschaftszweige unter Verzicht auf die Kenntnis dessen, was nun einmal Fachphilosophie produzierte, hätte leicht etwas Schemärisches. Bewusstsein, das sich verhielte, als wäre es in seinem Material zugleich unmittelbar zur Philosophie, wiche nicht nur vor der Schwere des Materials gar zu leicht ins Unverbindliche aus, sondern wäre überdies verurteilt, amateurhaft auf längst überwundene philosophische Stufen zurückzufallen. Weder übersehe ich diese objektive Schwierigkeit des Exams noch verschweige ich sie. Aber ich meine, man sollte dabei sich nicht bescheiden und vor allem man sollte die Kirche im Dorf lassen. Trifft es schon zu, dass kein so direkter Weg zwischen der einzelwissenschaftlichen Arbeit und der Philosophie offen ist, so bedeutet das doch nicht, dass beide nichts miteinander zu tun hätten. Ein Altgermanist sträubte mit großem Recht sich dagegen, wenn er laut Verschiebungsgesetze frisch, fröhlich geschichtsphilosophisch deuten sollte. Aber das Problem etwa, wie das mythische Erbe der Volksreligionen im Nibelungenlied gegenüber dem Christentum archaisch zugleich auch in Hagen nachmittelalterlich protestantische Züge annimmt, gesetzt den Fall, die Episode auf der Donau bedeutete etwas dergleichen, würde von den Altphilologen als legitim anerkannt und wäre zugleich fruchtbar für die Philosophie. Oder wenn der großen mittelalterlichen Lyrik in weitem Maß das abgeht, was seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert als Naturlyrik mit dem Begriff des Lyrischen so sehr verwachsen ist, dann wäre die Absenz dieses für das spätere lyrische Bewusstsein über eine lange Periode fast selbstverständlichen Moments ebenso ein philosophisches Thema wie eines, das die Altgermanisten interessiert. Solcher Querverbindungen gibt es unzählige und die Kandidaten könnten wohl aus deren Sphäre Themen auswählen. Schließlich ist für das Verständnis Schillers dessen Verhältnis zu Kant und dabei meine ich nicht das biografische und geistesgeschichtliche, sondern seinen Niederschlag in der Gestalt der Dramen und Gedichte selbst essentiell. Für das Verständnis Hebbels, die geschichtsphilosophische Konzeption, die seine Dramatik trägt. Fast niemals sind mir Themen von der Art vorgeschlagen worden wie die, für welche ich Beispiele improvisierte. Selbstverständlich möchte ich mit all dem nicht sagen, dass eigentlich fachphilosophische Themen auszuschließen seien oder auch nur, dass sie zu Ausnahmen werden sollten. Aber der Unterschied zwischen Vorschlägen wie den gängigen und solchen, die etwas mit Selbstreflexion, wenn schon nicht auf einzelwissenschaftliche Teilprobleme, so doch auf weitere Komplexe und Arbeitsgebiete zu tun haben, reicht fürs Erste aus. Ich für meinen Teil wäre schon zufrieden, wenn die Themenvorschläge auch nur die Tendenz dessen erkennen ließen, was mir vorschwebt. Man hört oft die Klage, Philosophie belaste die zukünftigen Lehrer mit einem weiteren Fach und gar mit einem, zu dem vielen die Beziehung fehle. Den Vorwurf muss ich zurückgeben. Vielfach sind es die Kandidaten, die aus der Prüfung eine Fachprüfung machen und keineswegs wir. Wenn mir, wie das so heißt, ein Kandidat zugewiesen wird, so pflege ich mich mit ihm über sein eigenes Gebiet zu unterhalten und suche aus diesem eine Themenstellung auszukristallisieren, an der etwas, wie das geistige Selbstverständnis seiner Arbeit zu entnehmen ist. Keineswegs jedoch herrscht darüber eitel Freude oder Begeisterung. Im Gegenteil, ginge es nach den Wünschen der Kandidaten, so müsste man für die schriftliche Arbeit immer wieder Themen rein fachlichen, philosophiehistorischen oder philosophisch referierenden Charakters stellen. Rasch genug stößt man darauf, dass einzelne Philosophen und einzelne Schriften als vermeintlich besonders leicht beliebt sind, so die Meditationen von Descartes, die englischen Empiristen, Shaftesbury, von Kant die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, ein thematisch so unbeschränkter Umkreis, dass er mittlerweile bei uns alle möglichen Zweifel erweckt. Kaum lasse ich mich davon überzeugen, dass für einen Germanisten oder Historiker der Essay Concerning Human Understanding des von Kant trefflich genannten Locke, der auch für mich gerade keine kurzweilige Lektüre bildet, eine besondere Bedeutung besitze oder ihn nur irgend interessieren könnte. Ich lasse mich auch nicht bekehren, wenn der Kandidat, wie es seit neuestem sich einbürgerte, prompte Erklärungen dafür parat hat, warum er den weitschweifigen Urtext des Common Sense studierte. Nebenbei gesagt ist die Unterscheidung in leichte und schwierige Philosophen. Ich habe den Verdacht, dass ähnlich auch zwischen leichten und schwierigen Examinatoren unterschieden wird, ganz untriftig. Die Abgründe, über die Locke hinweg gleitet, gähnen in seinen Texten und mögen zuweilen eine auch nur in sich einstimmige Darstellung prohibitiv erschweren, während ein so verrufener Denker wie Hegel, gerade dadurch, dass die Probleme nicht durch gesunde Ansichten zugedeckt sondern rückhaltlos ausgetragen werden, einen viel höheren Grad an Stringenz erreicht. Der intellektuelle oder der geistige Mensch dürfte getrost solche Erwägungen anstellen. Will man aber nach dem Wahlspruch Safety First das Examen bestehen, indem man möglichst wenig Risiken eingeht, so verstärkt das nicht gerade die geistige Kraft und gefährdet schließlich die ohnehin problematische Sicherheit. Ich hoffe aber, dass darum nun keine Hegelwelle über die Examinatoren sich ergießt. Insistiert man tatsächlich darauf, dass ein Gegenstand gewählt wird, der mit dem besonderen Interessensgebiet eines Kandidaten tiefer zusammenhängt als durch die äußerliche Berührung, so gerät man auf die sonderbarsten Schwierigkeiten. Einmal hatte ich die größten Schwierigkeiten, einen auch nur dazu zu veranlassen, ein solches Gebiet zu nennen. Ihn interessiere alles, sagte er und forderte damit meinen Argwohn heraus, dass ihn nichts interessierte. Schließlich gab er eine bestimmte Periode an und mir fiel ein Werk ein, das ihrer geschichtsphilosophischen Deutung 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 gilt. Ich schlug ihm vor, über jenes Werk seine Arbeit zu schreiben und versetzte ihn damit nur noch mehr in Schrecken. Er fragte mich, ob denn der betreffende Autor auch wirklich, wie es in der Prüfungsordnung heiße, ein hervorragender und für seine Fächer wichtiger Philosoph sei. Der Wortlaut der Paragraphen wird oft zum Mittel, dem sich zu entziehen, was mit ihnen beabsichtigt ist. Wo die Prüfungsordnung Anhaltspunkte gibt, um Examinierten und Examinatoren die Orientierung zu erleichtern, beißen manche Kandidaten sich fest und klammern sich daran, als wären es unverletzliche Normen. Einer hatte als Interessensgebiet Leibniz und dessen Kritik an Locke bezeichnet. Als er bei der Wiederholung dasselbe vorschlug und der Prüfende ihm erklärte, er hielte es für unangemessen abermals mit ihm über die gleichen Dinge sich zu unterhalten, war seine erste Reaktion, ob er denn wiederum mit zwei Philosophen sich zu beschäftigen hätte. Gehandelt wird nach einem Satz von Hofmannsthal, den dieser freilich der von Angst zerfressenen Glütemnestra in den Mund legt. Es muss für alles richtige Bräuche geben. Das Bewusstsein der in Rede stehenden Kandidaten sucht überall nach Deckung, Vorschriften nach bereits kanalisiertem, ebenso um in eingeschliffenen Bahnen sich zurechtzufinden, wie doch wohl auch um den Gang des Examens selbst so zu normieren, dass eben jene Fragen unterbleiben, um deren Willen das ganze Examen da ist. Man begegnet mit einem Wort dem verdinglichten Bewusstsein. Das aber, die Unfähigkeit, Erfahrungen zu machen und zu irgendeiner Sache frei und autonom sich zu verhalten, ist der offenbare Widerspruch zu all dem, was man vernünftigerweise und ohne Pathos unter dem denken kann, was in der Prüfungsordnung als Zweck der höheren Schulen echte Geistesbildung heißt. Man gewinnt bei den Verhandlungen über die Themenwahl den Eindruck, als hätten die zu prüfenden Brechts Satz Ich will ja gar kein Mensch sein sich zur Maxime erkoren, auch und gerade, wenn sie den kategorischen Imperativ in seinen verschiedenen Fassungen auswendig gelernt haben. Die über die Zumutung des Faches Philosophie sich entrüsten, sind die gleichen, für die Philosophie nicht mehr bedeutet als ein Fach. Wir haben aus mehr als einem Grunde gelernt, die schriftlichen Arbeiten in der Beurteilung der Kandidaten nicht zu überschätzen und mehr Gewicht auf die mündliche Prüfung zu legen. Was man aber da hört und sieht, ist kaum viel ermutigender. Drückt ein Kandidat seinen Widerwillen gegen den Anspruch, er solle ein Intellektueller sein, dadurch aus, dass er während des ganzen Examens ostentativ stöhnt, so ist das ja wohl eher eine Sache der Erziehung als des Geistes selbst, obwohl beides mehr miteinander zu tun hat, als einem solchen Kandidaten beikommen mag. Aber das Fachmenschentum feiert, wenn mir diese Kontradiktio in Adjectio gestattet ist, seine Orgien im Mündlichen. Der Bewerber, heißt es in der Prüfungsordnung, soll zeigen, dass er die Grundbegriffe des Philosophen, mit dem er sich abgab, erfasst hat und deren geschichtlichen Wandel versteht. Ein über Descartes Befragter konnte, wie üblich, den Gedankengang der Meditationen ganz gut referieren. Die Rede kam auf den Begriff der Res extensa, der ausgedehnten Substanz, deren bloß mathematisch räumliche Bestimmung den Mangel an dynamischen Kategorien in der kathesianischen Konzeption der Natur. Auf die Frage nach der philosophiehistorischen Konsequenz dieses Mangels erklärte der Kandidat zu seiner Ehre ganz aufrichtig, das wisse er nicht. Er hatte also noch nie über den Descartes, den er ganz brav verstand, auch nur so weit hinaus geblickt, um zu sehen, an welcher Insuffizienz des kathesianischen Systems Leibniz und damit die Entwicklung zu Kant kritisch einsetzte. Die fachliche Konzentration auf einen approbiert großen Philosophen hat ihn abgebracht von dem, was die Prüfungsordnung verlangt, von der Kenntnis des geschichtlichen Wandels des Problems. Er bestand trotzdem. Eine andere trug mir mit unangenehmer Flüssigkeit den Gedankengang der beiden ersten Meditationen vor. Ich unterbrach ihn, um herauszufinden, wie es um sein Verständnis bestellt sei, mit der Frage, ob ihn der Zweifelsversuch und der Schluss auf das unbezweifelbare Ego-Kogitans ganz befriedige. Mir schwebte die nicht gerade abgründige Erwägung vor, dass jenes individuelle empirische Bewusstsein, auf das bei Descartes rekurriert wird, selber in die raumzeitliche Welt verflochten ist, aus der es im Sinne der kathesianischen Betrachtung als ein unverlierbarer Rest herausragen soll. Der Kandidat sah mich für einen Augenblick an, indem er eher mich einschätzte, als über die kathesianische Deduktion nachzudenken. Das Ergebnis war offenbar, dass er mich für einen Mann mit Sinn fürs Höhere hielt. Um mir gefällig zu sein, antwortete er, nein, es gibt ja auch die echte Begegnung. Unterstellt sei, er hätte sich dabei wirklich etwas gedacht, also etwa im Hintergrunde seines Bewusstseins, sich an die Lehren erinnert, die dem Geist unmittelbares, anschauliches Wissen von der Wirklichkeit zutrauen. Jedenfalls verstand er, wenn er so etwas meinte, es nicht zu artikulieren. Und Philosophie ist nun einmal, wie unser alter Lehrer Cornelius es definierte, die Kunst, sich auszudrücken. Das Charakteristische an der Antwort ist aber, dass er eine Allerweltsphrase aus der heruntergekommenen und schon an Ort und Stelle fragwürdigen Existenzialphilosophie mir an den Kopf warf, im Glauben dadurch sein Niveau zu demonstrieren und mir womöglich einen namhaften Genuss zu bereiten. Komplementär zu der Tatsachengläubigkeit des Fachmenschen, der jede Besinnung auf das, was nicht der Fall ist, als Belästigung und womöglich als Frevel am wissenschaftlichen Geist empfindet, ist der Glaube an Prestigewörter und magische Wendungen aus dem im heutigen Deutschland durch alle Abzugskanäle gedrungenen Jargon der Eigentlichkeit. Wo die Reflexion der Sache selbst, die geistige Besinnung der Wissenschaft aussetzt, findet an ihrer Stelle die weltanschauliche Phrase sich ein, im Bann jener unseligen deutschen Tradition, der zufolge die edlen Idealisten in den Himmel kommen und die gemeinen Materialisten in die Hölle. Mehr als einmal habe ich es erlebt, dass Studenten, die mich fragten, ob sie in ihren Arbeiten auch ihre eigenen Ansichten sagen dürften und die ich allzu arglos dazu ermutigte, dann ihre Selbstständigkeit unter Beweis stellten durch Sätze wie etwa den, es habe Voltaire, der die Abschaffung der Folter erzwang, an echtem religiösem Empfinden gefehlt. Es zeichnet in dieser Allianz zwischen dem Ungeist des Terra Terra und dem Stereotyp amtlich gebilligter Weltanschauung sich eine geistige Verfassung ab, die der Totalitären verwandt ist. Der Nationalsozialismus lebt heute ja wohl überhaupt weniger darin, dass man noch an seine Doktrinen glaubt, wie weit das überhaupt jeder Fall war, ist fraglich, als in bestimmten formalen Beschaffenheiten des Denkens. Zu ihnen rechnet beflissene Anpassung ans je geltende, zweiwertige Aufteilung nach Schafen und Böcken, Mangel an unmittelbaren spontanen Beziehungen zu Menschen, Dingen, Ideen, zwanghafter Konventionalismus, Glaube an Bestehendes um jeden Preis. Derlei Denkstrukturen und Syndrome sind als solche, dem Inhalt nach, apolitisch, aber ihr Überleben hat politische Implikationen. Das ist vielleicht an dem, was ich mitzuteilen suche, das Ernsteste. Das Flickwerk aus angeeigneten, und das will hier meist sagen, auswendig gelernten Tatsachen und weltanschaulicher Deklamation besagt, dass der Zusammenhang von Sache und Reflexion zerrissen ist. Man konstatiert das in den Examiner immer wieder und muss unmittelbar auf die Absenz dessen schließen, was haben sollte, wer bilden will, nämlich Bildung. Eine Studentin wollte trotz der Warnung ihres Examinators mündlich über Henri Bergson sich prüfen lassen. Er fragte sie, um zu sehen, ob sie eine Ahnung hatte von dem, was man geistesgeschichtlichen Zusammenhang nennt, nach Malern etwa aus der Zeit jenes Philosophen, deren Werk mit dem Geist seiner Philosophie etwas zu tun habe. Sie meinte daraufhin zunächst, das sei der Naturalismus gewesen. Nach Namen gefragt brachte sie erst Manet hervor, dann Gauguin und schließlich auf gutes Zureden Monet. Der Examinator insistierte, wie denn nun jene große malerische Gesamtbewegung aus dem späten 19. Jahrhundert heiße, und sie antwortete siegesbewusst, Expressionismus. Sie hatte nicht den Impressionismus angegeben, sondern nur Bergson, aber lebendige Bildung bestünde genau darin, dass solche Beziehungen wie die zwischen der Lebensphilosophie und der impressionistischen Malerei erfahren sind. Wer davon nichts versteht, kann auch Bergson selber nicht verstehen. Die Kandidatin war denn auch tatsächlich zum Referat der beiden Schriften, die sie gelesen haben wollte, ganz unfähig. Würde uns etwa entgegengehalten, wie man denn nun jene Art von Bildung sich erwerben könne, die einem erlaube Bergson und den Impressionismus zu assoziieren, so bereitete das uns Philosophieexaminatoren Verlegenheit. Denn Bildung ist eben das, wofür es keine richtigen Bräuche gibt. Sie ist zu erwerben nur durch spontane Anstrengung und Interesse, nicht garantiert allein durch Kurse und wären es auch solche vom Typus des Studium Generale. Ja, in Wahrheit fällt sie nicht einmal Anstrengungen zu, sondern der Aufgeschlossenheit, der Fähigkeit überhaupt etwas Geistiges an sich herankommen zu lassen und es produktiv ins eigene Bewusstsein aufzunehmen, anstatt, wie ein unerträgliches Klischee lautet, damit bloß lernend sich auseinanderzusetzen. Fürchtete ich nicht das Missverständnis der Sentimentalität, so würde ich sagen, zur Bildung bedürfe es der Liebe. Der Defekt ist wohl einer der Liebesfähigkeit. Anweisungen, wie das zu ändern sei, sind prekär. Es wird darüber meist in einer frühen Phase der Kindheitsentwicklung entschieden. Aber wem es daran gebricht, der sollte kaum andere Menschen unterrichten. Er wird nicht nur jenes Leiden in der Schule perpetuieren, das die Dichter vor 60 Jahren schon anklagten und das man wahrscheinlich zu Unrecht für längst beseitigt hält, sondern der Defekt wird sich in den Schülern fortsetzen und ad infinitum jenen geistigen Zustand zeitigen, den ich nicht für unschuldige Naivität halte, sondern der mitverantwortlich war am Unheil des Nationalsozialismus. Am drastischsten verrät sich der Mangel im Verhältnis zur Sprache. Nach dem Paragrafen 9 der Prüfungsordnung ist auf die sprachliche Form besonders zu achten. Bei ernsten sprachlichen Mängeln müsse die Arbeit als ungenügend bezeichnet werden. Wohin es käme, wenn die Examinatoren daran sich hielten, wage ich nicht auszumalen. Ich fürchte, es könnte dann nicht einmal mehr der dringlichste Bedarf an Lehrernachwuchs befriedigt werden. Und es erstaunt mich nicht, wenn manche Kandidaten eben darauf sich verließen. Vom Unterschied zwischen der Sprache als einem Mittel der Kommunikation und der als einem des präzisen Ausdrucks der Sache ahnen nur die wenigsten etwas. Sie meinen es genüge, dass man sprechen kann, damit man schreiben könne, während freilich wer nicht schreiben kann, meist auch nicht zu sprechen vermag. Ich hoffe nicht zu den Laudatoris Temporis Acti zu zählen, aber die Erinnerung an meine Gymnasialzeit ruft mir Lehrer herauf, deren sprachliche Sensibilität, nein, deren einfache Korrektheit im Ausdruck, doch von der heute vorherrschenden Schlamperei sich sehr unterschied. Einer Schlamperei übrigens, die sich wahrscheinlich vor sich selber rechtfertigt mit der Berufung auf den allgemein herrschenden Sprachgebrauch und die tatsächlich den objektiven Geist widerspiegelt. Mit schulmeisterlicher Pedanterie pflegt Schlamperei trefflich sich zu vertragen. Sobald ich bei der Besprechung des Themas der Staatsexamensarbeit den Eindruck gewinne, dass der Kandidat des sprachlichen Verantwortungsgefühls enträt und die Reflexion auf die Sprache ist das Urbild einer jeglichen philosophischen, pflege ich ihn auf jene Bestimmung der Prüfungsordnung aufmerksam zu machen und ihm vorweg zu schildern, wessen ich in diesen Arbeiten gewärtig bin. Dass solche Parinesen so wenig fruchten, scheint anzuzeigen, dass es sich um mehr als bloße Lachsheit handelt, um den Verlust der Beziehung zwischen den Kandidaten und der Sprache, die sie sprechen. Arbeiten minderen Ranges wimmeln von grammatischen und syntaktischen Fehlern. Die niedrigsten Klischees wie in etwa, wie das echte Anliegen und jene Begegnung werden ungeziert gebraucht, ja mit Gusto, als wäre die Verfügung über Phrasen Zeichen dafür, dass man auf der Höhe der Epoche sich befindet. Am schlimmsten ist es mit der Verknüpfung der Sätze bestellt. Im Hintergrund des Bewusstseins steht wohl die Erinnerung daran, ein philosophischer Text müsste einen logischen Zusammenhang oder einen der Begründung bilden. Dem entsprechen jedoch keineswegs die Beziehungen zwischen den Gedanken selbst oder vielmehr zwischen den Behauptungen, die so vielfach Gedanken bloß vortäuschen. Pseudologische und pseudokausale Beziehungen werden durch Partikeln hergestellt, die auf der sprachlichen Oberfläche die Sätze zusammenkleistern, beim Durchdenken der Sache selbst jedoch gegenstandslos sind. So etwa wird von zwei Sätzen der eine sprachlich als Folgerung aus dem anderen vorgeführt, während beide logisch auf der gleichen Stufe stehen. Was Stil sei, ist den meisten Kandidaten, mögen sie auch Sprachwissenschaft studiert haben, überhaupt noch nicht aufgegangen. Stattdessen suchen sie mühsam und gekünstelt aus der Art des Redens, die ihnen geläufig ist, das aus, was sie zu Unrecht für den Ton der Wissenschaft halten. Die Sprache der Arbeiten wird noch unterboten von der beim mündlichen Examen. Vielfach ist es ein Gestammel durch Wachsen von einschränkenden und unbestimmten Phrasen wie gewissermaßen, die im gleichen Augenblick, wo man etwas sagt, schon wieder die Verantwortung fürs Gesagte abschieben möchten. Fremdwörter, selbst Namen aus fremden Sprachen bilden Hürden, die selten überstiegen werden, ohne dass die Hürde oder der Kandidat Schaden nehmen. Die meisten etwa, die als Examensphilosophen den offenbar als leicht eingestuften Hobbes sich erkoren haben, werden von diesem als Hobbes reden, wie wenn das Bess jenem Dialekt entlehnt wäre, in dem etwas Ebbes lautet. Überhaupt der Dialekt. Von Bildung ist wohl zu erwarten, dass sie das Ungeschliffene der regionalen Sprache zu milderen Sitten gewöhnt. Davon kann keine Rede sein. Der Konflikt zwischen dem Hochdeutschen und dem Dialekt endet mit einem Remis, an dem niemand seine Freude hat, nicht einmal der zukünftige Lehrer selbst, dessen Missvergnügen in jedem Wort scheppert. Die Nähe des Dialekts zum Redenden, das Moment, dass er, wo dieser Dialekt noch bäuerlich ist, wenigstens in seiner Sprache selber Rede, so wie es populär heißt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, ging verloren. Die objektive Hochsprache aber ist nicht erreicht, sondern bleibt entstellt von den Narben des Dialekts. Es klingt so, wie jene Jünglinge in Kleinstädten aussehen, die man, damit sie beim Sonntagsandrang aushelfen, in Kellnerfrecke steckt, die ihnen nicht sitzen. Ich will gewiss nichts gegen die freundliche Institution der akademischen Ausländerkurse im Deutschen sagen. Aber Kurse für Inländer wären doch vielleicht noch wichtiger, wenn sie auch nicht mehr erreichten, als dem zukünftigen Lehrer jenen Tonfall abzugewöhnen, in dem die Brutalität des Rustikalen mit der zukünftigen pädagogischen Würde trüb sich vermischt. Komplimentär zu dem Vulgären verhält sich das Hochtrabende, die Neigung zu Wörtern, die außerhalb des Erfahrungshorizonts der Sprecher liegen und die deshalb aus ihrem Munde so herauskommen, als wären sie jene Fremdwörter, deretwegen sie vermutlich einmal ihre Schüler schikanieren werden. Solche Ausdrücke sind fast stets herabgesunkenes Kulturgut der Oberschicht oder, weniger wissenschaftlich gesprochen, abgetragene Kavaliersgarderoben, die in den sogenannten pädagogischen Sektor erst gelangt, nachdem sie im Bereich freien Geistes niemand mehr anrührte. Zur Bildung gehört Urbanität und ihr geometrischer Ort ist die Sprache. Keinem Menschen ist es vorzuhalten, dass er vom Lande stammt, aber auch keiner dürfte daraus sich ein Verdienst machen und dabei beharren. Wem die Emanzipation von der Provinz missglückte, der steht zur Bildung exterritorial. Die Pflicht zur Entprovinzialisierung anstelle der hilflosen Nachahmung dessen, was man für gebildet hält, wäre von denen, die andere etwas lehren wollen, mit Nachdruck dem eigenen Bewusstsein zuzueignen. Die fortdauernde Divergenz von Stadt und Land, die kulturelle Ungeformtheit des Agrarischen, dessen Überlieferungen unterdessen hinab und nicht mehr zu erwecken sind, ist eine der Gestalten, in denen die Barbarei sich perpetuiert. Es geht dabei nicht um Finessen geistiger und sprachlicher Eleganz. Das Individuum wird mündig überhaupt nur dann, wenn es aus der Unmittelbarkeit von Verhältnissen sich löst, die keineswegs naturwüchsig sind, sondern bloß noch Rückstand überholter historischer Entwicklung, eines Toten, das nicht einmal von sich selbst weiß, dass es tot ist. Ist man mit dem Fluch der exakten Fantasie geschlagen, so kann man sich ganz gut vorstellen, wie es zur Berufswahl kam. Die Familienberatung, was der Junge anfangen solle, damit das im Leben sowas bringt, vielleicht nachdem man bezweifelt, dass er aus eigenem, ohne den Schutz einer von Befähigungsnachweisen eingehegten Karriere es schaffen könne. Örtliche Honoratioren mögen dabei ermunternd mittun, auf ihre Beziehungen sich verlassen. Man wird die praktischsten Fächerkombinationen gemeinsam auskochen. Hereinspielt jene schmähliche, nicht nur in Deutschland verbreitete Missachtung des Lehrerberufs, die dann wieder die Kandidaten dazu bewegt, allzu bescheidene Ansprüche zu stellen. Viele haben in Wirklichkeit resigniert, ehe sie auch nur anfangen und sind dann sich selbst so wenig gut wie dem Geist. Ich spüre die erniedrigende Notwendigkeit in all dem, die den Widerstand dagegen vorweg paralysiert. Die Situation, in der jener Typus Abiturient sich befindet, lässt ihm wahrscheinlich wirklich kaum eine andere Wahl. Er wäre überfordert, wenn man ihm zumuten wollte, dass er das Fragwürdige seines Beginnens im Augenblick jener Entscheidung über seine Zukunft durchschaute. Sonst wäre bereits der Bann gelöst, der dann als Habitus geistiger Unfreiheit im Examen offenbar wird. Die Menschen, an die ich denke, sind in einen verhängnisvollen Zirkel eingespannt. Ihr Interesse nötigt sie zu der falschen Entscheidung, deren Opfer sie schließlich selbst werden. Nichts wäre ungerechter, als daraus ihnen einen Vorwurf zu machen. Aber wenn der Gedanke an Freiheit überhaupt noch einen Sinn haben soll, dann wäre es der, dass die Ungeeigneten an dem Punkt ihrer Entwicklung, an dem ihnen die Schwierigkeit, der Bruch zwischen ihrer Existenz und ihrem Beruf und allem, was damit zusammenhängt, bewusst wird und auf der Universität muss unweigerlich irgendwann einmal dieses Bewusstsein sich herstellen, die Konsequenzen ziehen. Entweder müssten sie damit rechtzeitig den Beruf aufgeben, mit dessen Begriff sie nicht übereinstimmen, während der Hochkonjunktur gilt kaum die Ausflucht, dass andere Möglichkeiten versperrt wären, oder sie müssten mit aller Energie, der Selbstkritik, dem Zustand sich stellen, von dem ich einige Symptome genannt habe und müssten ihn zu ändern versuchen. Eben dieser Versuch, gar kein fixiertes Resultat, wäre die Bildung, welche die Kandidaten erwerben sollen und, so möchte ich hinzufügen, auch das, was an Philosophie im Examen verlangt wird. Dass den zukünftigen Lehrern ein Licht aufgeht in dem, was sie selbst tun, anstatt dass sie darin begrifflos befangen bleiben. Die Handicaps, unter denen, wie ich wohl weiß, viele stehen, sind keine Invarianten. Selbstreflexion und kritische Anstrengung haben darum ihre reale Möglichkeit. Sie wäre das Gegenteil jenes blinden und verbissenen Fleißes, zu dem die Majorität sich einmal entschlossen hat. Er widerspricht der Bildung und der Philosophie, weil er von vornherein definiert wird von der Aneignung eines bereits vorgegebenen und gültigen, in der das Subjekt, der Lernende selbst, sein Urteil, seine Erfahrung, das Substrat von Freiheit abwesend sind. Was mich an den Prüfungen eigentlich bestürzt, ist der Bruch zwischen dem, was philosophisch gearbeitet und vorgebracht wird, und den lebendigen Subjekten. Während deren Beschäftigung mit Philosophie die Identität ihres wahrhaften Interesses mit dem Fachstudium, zu dem sie sich entäußern, befördern sollte, setzt sie die Selbstentfremdung nur weiter fort. Diese steigert sich womöglich noch, indem die Philosophie als ein Ballast empfunden wird, der am Erwerb nützliche Erkenntnisse entweder an der Vorbereitung in den Hauptfächern und damit am Fortkommen oder an der Aneignung von Wissensstoff für den Beruf hindert. Die abgeprüfte Philosophie ist in ihr Gegenteil ungeschlagen. Anstatt die Adepten zu sich selbst zu bringen, taugt sie nur noch dazu, ihnen und uns vor Augen zu führen, wie sehr Bildung misslang, nicht nur an den Kandidaten, sondern überhaupt. Das Surrogat, an das sie sich dafür halten, ist der Begriff der Wissenschaft. Einmal meinte er als Forderung, nichts unbesehen und ungeprüft zu akzeptieren. Freiheit, die Emanzipation von der Bevormundung durch heteronome Dogmen. Heute ist Wissenschaftlichkeit in einem Maß, vor dem einen schaudert, ihren Jüngern zu einer neuen Gestalt der Heteronomie geworden. Man wähnt, wenn man nach wissenschaftlichen Regeln sich richtet, dem wissenschaftlichen Ritual gehorcht, mit Wissenschaft sich umgibt, gerettet zu sein. Wissenschaftliche Approbation wird zum Ersatz der geistigen Reflexion des Tatsächlichen, in der Wissenschaft erst bestünde. Der Panzer verdeckt die Wunde. Das verdinglichte Bewusstsein schaltet Wissenschaft als Apparatur zwischen sich selbst und die lebendige Erfahrung. Je tiefer man ahnt, dass man das Beste vergessen hat, desto mehr tröstet man sich damit, dass man über die Apparatur verfügt. Immer wieder werde ich von Kandidaten gefragt, ob sie Sekundärliteratur benutzen dürfen, sollen, müssen und was ich empfehle. Nun ist stets die Kenntnis von Sekundärliteratur gut, damit man nicht hinter den Stand der bereits erreichten Kenntnisse zurückfällt und womöglich den Nordpol noch einmal entdeckt. Wer sich wissenschaftlich qualifizieren will, soll schließlich auch zeigen, dass er die Spielregeln wissenschaftlicher Arbeit beherrscht. Aber die Sorge um die Sekundärliteratur meint oft etwas ganz anderes. Einmal die Erwartung, dass man dort die Gedanken findet, die man in masochistischer Selbsteinschätzung vorweg sich nicht zutraut. Dann aber hofft man, vielleicht gar nicht bewusst, durch wissenschaftliches Prämborium, durch Zitieren, reichhaltige Literaturverzeichnisse und Verweise der mythischen Gnadenwelt der Wissenschaft teilhaftig zu werden. Man will wenigstens einer der Iren sein, weil man sonst nichts ist. Ich neige nicht zur existenzialistischen Philosophie, aber in solchen Momenten hat sie ein Wahrheitsmoment. Wissenschaft als Ritual dispensiert vom Denken und von der Freiheit. Sie hören, die Freiheit müsse gerettet werden, sie sei vom Osten her bedroht und ich mache mir keine Illusionen über die Reglementierung des Bewusstseins jenseits der Zonengrenze. Aber manchmal scheint es mir, als wäre die Freiheit schon unterhöhlt, auch bei denen, die sie formell noch haben, als geliche ihr geistiger Habitus bereits dem Regressiven sich an, auch wo er nicht eigens verordnet ist, als wartete irgendetwas in den Menschen selbst auf jene Entlastung von der Autonomie, die alles meinte, was in Europa einmal zu achten und zu erhalten war. In der Unfähigkeit des Gedankens, sich zu erheben, lauert bereits das Potenzial, sich einzugliedern und irgendeiner Autorität sich so zu unterwerfen, wie man jetzt schon konkretistisch, willfährig an Bestehendem haftet. Manche werden den Bann womöglich noch vor sich selbst glorifizieren, als das, was der Jargon der Eigentlichkeit echte Bindung nennt. Aber sie täuschen sich. Sie sind nicht über die Isolierung autonomen Geistes hinaus, sondern hinter der Individuation zurück und können darum auch diese nicht, wie sie sich einbilden mögen, überwinden. Der Gedanke ans praktische Vorwärtskommen wird bei vielen eine so eiserne Vormacht innehaben, dass nichts im Ernst ihm gegenüber erwogen wird. Ihre Haltung ist automatische Abwehr. Darum weiß ich nicht, ob ich sie überhaupt erreiche. Dem verdinglichten Bewusstsein ist eigentümlich, sich in sich selbst einzurichten, bei sich selbst bei der eigenen Schwäche zu beharren und sich um jeden Preis ins Recht zu setzen. Immer wieder staune ich über den Scharfsinn, den noch die stumpfesten aufbringen, wenn es gilt, Schlechtes zu verteidigen. Man könnte mir entgegnen, ohne dass dem viel zu widersprechen wäre, jener Zustand sei bekannt, aber man vermöchte nichts dagegen zu tun. Stütze dessen wären generelle Besinnungen wie die, woher irgendjemand denn heute den Strahl jenes Sinns nehmen sollte, der ihm die eigene Arbeit erhält. Man könnte weiter, und hier wäre ich der Erste, der zustimmt, daran erinnern, dass soziale Bedingungen wie die Herkunft, über die niemand Macht habe, die Schuld dafür trüge, dass man dem emphatischen Begriff von Bildung nicht genügen könnte. Die meisten seien um die allem ausdrücklichen Unterricht vorhergehenden Erfahrungen betrogen worden, von denen Bildung sich nähert. Man könnte weiter auf die Unzulänglichkeit der Universität, auf deren eigenes Versagen verweisen. Vielfach gewährt sie selbst das nicht, was wir an den Kandidaten vermissen. Schließlich könnte man wieder einmal auf die Überbürdung mit Wissensstoff aufmerksam machen und auf die peinliche Examsituation. Ich will nicht darüber rechten, wie viel von all dem zutrifft und was daran Vorwand ist. Es gibt Einsichten, die an sich wahr sind, aber unwahr werden, sobald man sie für die engen Interessen einspannt. So viel würde ich konzidieren, dass in einem Zustand, in dem die virtuelle Abhängigkeit aller vom übermächtigen Gesamtgefüge die Möglichkeit von Freiheit auf ein Minimum reduziert, der Appell an die Freiheit des Einzelnen etwas Hohles hat. Freiheit ist kein Ideal, das unveräußerlich und unveränderlich über den Häuptern der Menschen hängt. Das Bild erinnert nicht umsonst an das Damoklesschwert, sondern ihre Möglichkeit selbst variiert mit dem geschichtlichen Augenblick. Im Gegenwärtigen ist immerhin der wirtschaftliche Druck auf den meisten kaum so unerträglich, dass er die Selbstbesinnung und die Selbstreflexion der Sachen in sich verschlüge. Es ist mehr das Gefühl der gesamtgesellschaftlichen Ohnmacht, einer universalen Abhängigkeit, die es zur Kristallisation der eigenen Bestimmung gar nicht mehr kommen lässt, als die materielle Not alten Stils. Aber kann man denn von einem Menschen verlangen, dass er fliege? Ist der Enthusiasmus, wie in Platon, der schließlich wusste, was Philosophie sei, für deren wichtigste subjektive Bedingung hielt, etwas, was sich verordnen lässt? Die Antwort darauf ist nicht so einfach, wie sie dem abwehrenden Gestus düngt. Denn dieser Enthusiasmus ist ja keine zufällige und etwa bloß vom biologischen Stadium der Jugend abhängige Phase. Sie hat einen objektiven Gehalt, das Ungenügen an der bloßen Unmittelbarkeit der Sache, die Erfahrung ihres Scheins. Über diesen sich zu erheben, wird aber von ihr selbst gefordert, sobald man sich guten Willens in sie versenkt. Die Erhebung, die ich meine, ist eins mit der Versenkung. Was fehlt, spürt ein jeder im Grunde selbst. Ich weiß, dass ich nichts Neues sagte, sondern allenfalls einiges, was manche sich nicht eingestehen mögen. Aufs Dringendste wären anzuraten, Schellings Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums. Inmitten seines identitätsphilosophischen Ansatzes sind viele Motive dessen zu entdecken, wozu ich von ganz anderen Voraussetzungen ausgelangte. Erstaunlich, dass die Situation im Jahre 1803 auf dem Höhepunkt der deutschen philosophischen Bewegung mit Rücksicht auf das in Rede stehende gar nicht so verschieden ist von der Gegenwart, in der Philosophie nicht mehr die gleiche Autorität ausübt. An den zukünftigen Lehrern wäre es nicht so sehr, sich zu etwas zu bekehren, was ihnen fremd und gleichgültig ist, als dem Bedürfnis zu folgen, dass sie in ihrer Arbeit sich aufdrängt und es nicht durch den vorgeblichen Zwang des Studiums sich ausreden zu lassen. Mit dem Geist mag es heute fragwürdiger bestellt sein als damals und Idealismus predigen wäre komisch, selbst wenn er noch seine verlorene philosophische Aktualität hätte. Aber der Geist selbst trägt als nicht sich bescheiden bei dem, was der Fall ist, jenen Schwung in sich, dessen es subjektiv bedürfte. Die Verpflichtung seiner Bewegung sich anzuvertrauen, hat jeder unterschrieben, der einen geistigen Beruf wählte. Diese Verpflichtung sollte nicht weniger honoriert werden, als man etwa erwartet, dass der Prüfungsordnung gemäß verfahren wird. Niemand sollte mit einer Abgebrühtheit, die sich als Überlegenheit maskiert, von sich abschieben, was ich ausdrücken wollte und vielleicht gar nicht ganz deutlich ausdrücken konnte. Besser wäre es, dem nachzugehen, was ein jeder einmal sich versprochen und erwartet haben muss. Man darf sich nicht dabei beruhigen, es sei nun einmal so schlimm und man könne nichts dagegen tun, sondern es ist über jene Fatalität und über ihre Konsequenzen für die eigene Arbeit, auch fürs Examen, nachzudenken. Das wäre der Anfang jener Philosophie, die nur denen sich verschließt, die sich gegen die Gründe verblenden, warum sie sich ihnen verschließt. Z.